Hallo und willkommen zurück zu Sky Family. Wir gehen auf den Server. Und, ah, wir sind bestimmt bei der Baumfarm beschäftigt. Boah, ist echt ein bisschen laut, ne? Weil die lieben Kollegen hier nicht ganz abbauen. Die lassen die Bäume immer stehen. Und dann wächst unten nichts nach. Und das ist ungünstig. Wenn die Zufälle jemand von meinen Zuschauern die anderen verfolgt und dem es aufgefallen ist, dann kann ich mir mal sagen, wer das gewesen ist. Weil der kriegt dann beim PvP-Event extra eine von mir mit. Oh mein Gott, ist das schlimm. Da sind die Eier da. Wie kommst denn du hier raus? Sag mal. So, wir machen noch mal ein bisschen Essen. Nein, wieso geht der noch hoch, Alter? Was hat der für eine Range? Mir ist aber auch gar nicht aufgefallen, dass der jetzt dunkel geworden ist. Oh, da war ein Ruckler. Nein! Ja, komm mal ruhig da raus. Haben wir Pfeile? Wir haben ja auch keinen Gravel. Wo ist der hin? Ja, sicher. Boah, stirbt doch endlich! Wie lange das gerade gezischt hat. Und wo ist der Creeper eigentlich gespawnt? Lol, da ist auch noch ein Skeletz. Ey, Leute! Die bauen hier die Bäume nicht ganz ab. Die leuchten ihre Hütten nicht aus. Komm, stirb ja. So macht das keinen Spaß, ey. So, also, jetzt müssen wir erst mal hier. Okay, da ist auch noch irgendwo was drin. So, Sand habe ich nur noch einmal. Das ist natürlich Pech. Ja, aber Kürbis braucht man doch auch nicht so voll viel. Ähm, Quatsch. Körner, ich brauche dann noch Holz. Ähm, alles klar. Ich habe alles soweit. So, komm mal mit hier, du. Was willst du denn hier draußen? Ist gefährlich. Wie die keinen Bock haben. Haha. Aber es waren zwei Hühner draußen. So, warte mal. Wir müssen das... Einer muss es ja machen. Wenn es der Rest nicht tut... Oh, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Ich mache mal folgendes. Äh, Quatsch. Die Kiste wollte ich ja gar nicht bauen. Und eine Werkbank. Oh, das ist blöd, dass das ein Schneegebiet ist. Ähm, Moment mal. Äh, ich weiß nicht. Nein, da habe ich noch... Verdammt. Boah, ich habe immer so Mini-Ruckler in letzter Zeit, ey. Was ist denn das? So, damit man nicht immer ins Lager reinlaufen muss. Deswegen hier ein bisschen craften. Einfach hier zent... Hä, das brauchte ich nicht. Boah, das war dumm. So, eine Axt. Axt. Oh. Hallo. Na toll, ich habe es irgendjemandem gegeben. Egal. Dann ist das das glückliche, freie Huhn. Ach, Mann, Mann. Das ist doch schlimm hier. Schlimm mit denen. Wir haben das das letzte Mal schon gemacht, komplett. Also in der letzten Aufnahmesession. Und das ist nicht nur ein Baum hier. Das ist der, der hier stand. Der, der da steht. Gut, die anderen, die sind ja noch nicht ange... Kratzt worden. Aber... Wer weiß, vielleicht war er auch vorher schon. Und dann ist da noch einer gewachsen. Und noch einer gewachsen. Das kann natürlich auch sein. So. Weil ich will, dass hier eine Fichte... Eine Fichte wächst da unten. Da. Habe ich letztes Mal eine Fichte gesetzt. So. Lass ich erst mal liegen. Weil hier oben ist das Problem. Nicht unten. Oh, ich habe Hunger. Boah, Kürbis ist echt gut, ey. Der Kuchen. Ist ja auch bald wieder Halloween, ne? Kürbissaison. Also Halloween ist jetzt... Äh... Ja, ist... Ist doch nichts Besonderes mehr. Ganz ehrlich. Aber... Kürbissuppe ist super lecker. Ich bin ja so richtig in einem Baumhaus drin eigentlich. Gut, dafür hatten wir beim letzten Mal schon einen ganz schönen Action gehabt. Mit der Pilzfarm und der Mobfarm besser gesagt. Da ging es richtig ab. Boah, ist das schlimm, ey. Ja, es ist schon wieder die... Dings kaputt. Gep, gep, gep. So. Gep, gep, gep. Geps mir her. So. Der wächst einfach nicht. Weil er keinen Platz hat nach oben. Und die nächste. Ups. Drei Äxte habe ich schon verballert. Ah, da ist es. Da ist auch noch eins. Warte mal, ich fange mal eben die Hühner ein. So geht es doch nicht weiter. Ah, okay, gut. Und genug Körnchen. Acht Stück, da könnte ich die sogar mal... Kinder machen lassen. Hä? Habe ich das jetzt genommen? Habe ich gar nicht gehört. So, du auch? Die anderen beiden jetzt drin. Ja, da ist mir jetzt Wurst. Den lasse ich. So, ich pflanze auch gerade erst mal nichts nach. Hier, warte mal. Die kommen alle weg. Wenn soll der erst mal wachsen? Generell, wie das hier nicht wächst. Auch die Akazien-Setzlinge da hinten. Das liegt aber, glaube ich, daran, dass die Akazienbäume immer sehr groß sind. Boah, nee, wie viel. Es wäre echt cool, wenn hier einfach kleine Bäume spawnen. Nicht immer die großen. Und hier wieder runter. Und dann muss man halt warten, bis das Laub verschwindet. Da gibt es doch auch ein Plugin, dass das sofort verschwindet. So, da ist noch einer drin. Muss man mal gucken, wo es noch sehr dicht ist, vor allem auch. Da ist einer. Da sind noch mehr. Na? Hallo? Oh, es wird dunkel. Und das ist ja auch gefährlich in dem Sinne. Hier spawnen ja auch, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ist das so? Hat der Droh gesagt in einer Folge, dass hier auf den Bäumen wohl auch Monster spawnen. Aber ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ist. Ah, da. Oh, Mann. Oh, was war das denn? Hä? Alter. So, Moment mal. Der klingt ja he... Heftig, eklig. Eklig, wollte ich sagen. Hö! Hüpsa! Boah, der Sack. Boah, schön viele Pfeile. Was hab ich? Langsamkeit, genau. Ich kann nicht mehr sprinten. So, geh mal ins Bett. Und wir können dann auch gleich wieder runter. Das war's. Meine Zeit ist um für heute. Bitte bewerten, nicht vergessen. Und schaut mal bei den anderen vorbei. Meckert da mal ein bisschen, dass ich das hier immer machen muss mit dem Baum abbauen, komplett. So, genau, die anderen sind in der Videobeschreibung. Und da ist auch der Link zur Umfrage, welches Item wir einmal in der Woche bekommen. Klickt da auch mal drauf, macht mit. Und ich geh runter. Bedanke mich fürs Einschalten. Bewährt nicht vergessen. Und haut drin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.